Die Third-Person-Ansicht, weil man immer um die Ecke gucken kann. Das ist so... Ich hasse es einfach. Oh, der Killer ist hier unten. Scheiße, 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 scheiße. Boah, ich dachte, der hat mich jetzt schreien hören. Boah, das wäre es noch gewesen. Wenn ich jetzt diesen Gen mache... Ne, habe ich gleich verloren. Lass ich jetzt mal in Ruhe. Er ist zwar über mir, aber... Wenn der hört, dass ich dort den Gen mache, dann weiß er ganz genau, dass es nur einen Ausgang gibt. Das ist halt nur die Tür. Die können wir vielleicht als Wohltes machen, wenn der Killer weg ist. Ach, guck mal, wie schnell der Gen geht. Das war gut. Oh, oh. Er ist in Rage. Ich glaube sogar, dass die Karte rechnet. Ja, okay. Ich glaube, teilweise... Teilweise nur geht für Uni und seine Special Attack. Ich glaube nur teilweise. Ja, okay. Wobei, die geht eigentlich voll. Stimmt, der kann ja übel zu mehr Ecke hiten. Wenn er jetzt von dort angecharged kommt, kriegt er mich. Er könnte sogar straight hiergegen laufen und weiter in die Ecke laufen. Deswegen muss ich aufpassen. Aber er ist anscheinend nicht der beste Uni. Ist schon mal gut. Den Gen kriegen wir auch fertig. Nice. Oh, oh. Sind alle drei gehittet. Ist nicht gut. Er ist schon wieder voll. Zumbies. Nice. 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 Das war schön. Aber als Killer habe ich einen Speedrun schon mal geschafft. Ich habe in so einer kurzen Zeit alle niedergestreckt. Alle. Das Video werde ich auch wahrscheinlich noch auf YouTube hochknallen. Aber das weiß ich noch. Das ging ruckzuck. Mit Maya ist einfach alles schnell niedergestreckt. Aufgang. Fertig. In der Öse. Kann ich hier rüber? Ach, nee. Geht nicht. Guck mal. Jetzt über mir. Jetzt muss ich da nur... Kommt da hoch. Bleibt da unten. Ähm. Oh nee. Du sollst vielleicht mal zusehen, dass deine scheiß Jens nicht gemacht werden. Nice. Hallo. Wow. Oh. Lauf. Lauf. Nein, nein. Nicht mehr hinterher. Oh Gott. Schmeiß die Palette runter. Ein Jens muss doch gemacht werden. Hier. Komm her. Hallo. Du bist aber heute blutig. Du bist aber heute blutig. Ja. Ja. Das ist ja noch angenehm. Aber er hängt schon das zweite Mal. Vorsicht. Der kommt wahrscheinlich. Er hat kein Barbecue dabei. Er hat seine scheiß Fähigkeit wieder voll, ey. Oh. Hat er mich gesehen? Nee, ne? Nö. So, komm. Letzte Chance. Mein Freund. Komm mal mit. Ja, komm mit. Oh mein Gott. Boah. Junge. Der ist ja übelst anstrengend. Ich bin, ich möchte wenigstens dafür Sorge tragen, dass, wenn der Killer nochmal kommt, dass er eine Palette hat zum Spielen, damit er nicht sofort stirbt. Aber ich höre davon, Jen, den müssen wir fertig machen. Ich sehe ihn bisher noch nicht. Okay, der muss unten sein. Ja. Er kommt echt nicht? Ach, da ist er. Er ist beim Jen. Er wird zum Jen. Mach ich gleich weiter, mein Freund. Alles gut. Warum ist denn die Palette hier weg? Ich dachte, die wären noch da. Oh, no fucking way. Lauf, Nancy, lauf. Hä, wo läuft der lang? Links oder rechts? Ich weiß es auch nicht. Und wir haben es ja rausgefunden. Rechts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kann er hier irgendwo runterspüren? Oh wei, oh wei. Das ist nicht gut. Jetzt, guck mal her. Nein. Oh, die beiden Survivor laufen da vorne einfach vorbei. Anstatt zu den Jen mitmachen. Fertig. Da kommt zu mir. Der kommt zu mir. Glaub ich. Besser denn? David kommt auch einfach ran auf den Mide. Hören wir hier hoch. Hat er mich gesehen? Nein. Ich muss Buzzy retten. Buzzy, oh nein. Wir gehen raus. Wir lassen die hier. Wir sehen in der Mitte keine Palette. Das heißt, da muss einer stehen, oder? Sehe ich auch gerade nicht. Komm, lass mich raus. Ich will nach Hause. Ah, okay. Doch, bitte. Geschafft. Wir haben es geschafft. Aber ich glaube hier, Buzzy stirbt. Ich dachte, ich hätte die gerade gehört. Komm, hier nochmal. Und nochmal. Ich sag einfach mal, du wirst sterben. Das ist dein dritter, dein dritter Huck. Das war's. Say goodbye. Bye. Wenn er jetzt nicht nötig hätte, dann würde ich einfach warten, bis er hier durch die Palette rum, äh, bis er durch die Palette läuft, damit ich ein Stunt kann. Hi Darkru. Hi Darkru. H du nicht nötig essential. Gleich Waterru. Cornel. Och dann h insane. Die Lang stance Baldwin, einen problem. Denn es war jetzt. Ich habe die Christen Sinn als Menschen. Auf Wiederhaben. ış Z Bach, also her nicht nötig zu klein sein. Dann bin ich nicht nötig. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020